Ich habe heute Nintendo Land gespielt, das ist die neue Wii U-Mini-Spiel-Sammlung von zwölf Attraktionen. Man hat sechs Spiele, die man alleine spielen kann und den Rest kann man alleine spielen, aber auch mit anderen Leuten, hauptsächlich mit anderen Leuten. Es geht dann bis zu fünf Player und man hat unterschiedliche Spielerfahrungen, je nachdem welchen Teil, also welchen Controller man hat. Bei Luigi's Geisterwieder zum Beispiel hat der Spieler mit dem Gamepad die Möglichkeit, dass er die anderen Spieler sieht auf der Karte, also auf dieser Oberwelt. Man sieht halt diese Korridore von oben und die anderen Spieler sehen den Geist davon nicht. Das heißt, man muss sich zusammenreden, man muss schauen, dass der Geist mit der Lampe beleuchtet wird, damit er Lebensenergie verliert. Und wenn man als Spieler aber selbst nur vom Geist gefangen wird, ist man leblos, liegt am Boden und muss warten, bis die anderen Spieler kommen und dich aufladen. Das Problem ist natürlich, wenn die einen Spieler den einen Spieler aufladen, kann der Geist sich wunderbar von hinten heranschleichen und die Fehler überwältigen. Das ist Wahnsinn, wenn man halt wirklich zwei Screens hat und dann was ganz anderes erlebt, aber eigentlich das Gleiche, man erlebt gemeinsam etwas anderes. Und das ist super, das gibt so ein geiles Gefühl.